Kennen Sie noch das Rohstoff-Ernteschiff? Nun, wir haben die Technik, wir haben die Systematik, wir haben das Geld dank dem Rohstoff-Ernteschiff und somit das Material und wir haben den unendlichen Platz in den Weiten des Alls. Also, macht es größer, macht es mächtiger, macht es epischer. Ich präsentiere die Bauarbeiten am Prototypen des Planetenschluckers. Oh mein Gott, wenn dieses Ding aktiviert wird, wird erst mal der Server abschmieren und dann wird es ein schwarzes Loch generieren, das ganze Universum aufsagen. Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist alles verboten. Schieß, 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 schieß. Warte, 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 ich muss jetzt die Kamera in Position bringen. Ich bin so nervös, oh mein Gott, bist du bereit, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, bereit. Es ist so gewaltig, oh mein Gott, ich fahre mich so. BAM! Werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Dieser Salvage-Computer bedient 78.420 Salvage-Module. Es sind 3.921 Kanonen. Eine einzelne Kanone braucht 500 Energie. Nein, nicht 500, 800. Ich bin schon mit 800. Mal 3.921. 3.921. Nein, was? 3.136.800 Energie. Pro Sekunde. Schauen wir mal. Also im Moment produziere ich ja immerhin schon mal 50.000 pro Sekunde. Warte, an wie viel brauchst du mal? 3 Millionen. Der Planetenschlucker verfügt im Vergleich zum Rohstoffernteschiff über einen Warpantrieb, um schneller an sein Ziel zu kommen. Es geht los, das gewaltige Monstrum wird nun erst malig in den Hypergum eintreten. Ich versuche mich langsam runterzudrehen. I'm coming, Feuer! Es schaut so cool aus, aus meiner Perspektive ist das Ding ein riesiges Fadenkreuz. Und? Wir brauchen mehr Strom. Das schaut aus wie eine riesige, wie eine riesige absorbierende Station. Der Asteroid schaut cooler. Weißt du, ich habe so viele Geräte. Nachdem der erste Teil des Hauptreaktors in den Planetenschlucker eingebaut wurde, konnte die gewaltige Salvage können bereits mehrere Sekunden aktiv bleiben. Es geht sich die volle Länge aus, das heißt es. Warte, 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 warte. Schieß, 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 schieß. Was ist denn das? Was ist mit den Türmen? Das sind die Generatoren, die werden noch viel größer. Okay, warte. Die Statistiken. Wir haben gesagt, die Kanone braucht 3 Millionen Energie pro Sekunde. Ich speichere momentan 6 Millionen im Schiff, generiere aber nur 1 Million pro Sekunde. Irgendwie geht sich das aber trotzdem aus. Warte, lass mich episch aussumen, damit ich das schön sehen kann. Bist du bereit? Ja. 1, 2, 3. Oh, nicht jetzt. Vorher war es länger, aber holy shit. Komm, komm, schieß noch einmal. Schieß noch einmal. Oh, ist das so cute? Okay, das ist schon geil. Oh, mein Gott. Bewege mich ein bisschen nach links und... Asteroid ist winzig. Gott, Junge! So, ich schieße noch einmal, okay? Okay. Begut? Ja. Es ist weg. Es ist... Ich habe ein Loch gemacht. Es ist... Oh, mein Gott. Nein, das reicht. Wir gehen zu Haus. Wir gehen zu Haus. Und bis jetzt verfügt der Planetenschlucker nur über die halbe Kanone. Ach, komm, Leute. computers, hör.